Hallo und herzlich willkommen hier in der Aquarellwerkstatt. Weihnachtskarten basteln hat ja hier auf dem Kanal schon eine gewisse Tradition. Und so habe ich euch heute auch wieder zwei neue Motive mitgebracht. Bevor es jetzt mit dem Malen losgeht, noch ein kleiner Tipp in eigener Sache. Bis zum 27. November läuft hier in Kiel noch meine Ausstellung Aquarelle Barbara Hirsekorn auf Hof Ackerbohm. Das ist ein Kulturzentrum etwas außerhalb der Stadt Kiel. Alle zwei Jahre zeige ich meine Bilder in einer großen Einzelausstellung. Und jetzt ist es mal wieder soweit. Die Vernissage vor einer Woche war schon eine sehr nette Veranstaltung. Bela hat Musik gemacht und wir haben auch eine Menge Leute begrüßen dürfen. In der Ausstellung gibt es ganz verschiedene Aquarelle zu sehen. Auch einige Gouache-Bilder sind dabei. Ich zeige im Prinzip alles, was ich so in den letzten ein bis zwei Jahren gemalt habe. Vielleicht hat der ein oder andere Lust von euch, sich noch einmal auf den Weg zu machen nach Kiel. Kiel ist ja auch so immer einer Reise wert. Direkt an der Ostsee gelegen kann man wunderbare Spaziergänge auch am Strand unternehmen. Oder aber man kommt direkt in die Ausstellung im Kulturzentrum Hof Ackerbohm. Die Ausstellung läuft bis zum 27.11. Öffnungszeiten Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Ich bin dann auch selber vor Ort und freue mich über nette Gespräche. Heute lohnt es sich besonders, bis zum Schluss des Filmes dabei zu bleiben. Denn am Ende gibt es noch eine Einladung zum Live-Malen hier auf YouTube für alle, die dazu Lust haben. Diesmal ist der Livestream offen für alle. Mehr erzähle ich noch am Ende des Videos. Die Materialien für den heutigen Film sehen wir hier. Ich fange von rechts an. Da haben wir eine goldfarbene Paketschnur, einen handelsüblichen Papier- oder Lederlocher, eine Flasche Uhu-Kleber, zwei Keksförmchen, die können natürlich auch andere Formen haben, und die Farben Paints Grau-Bläulich, Alizerin-Karmesin, Cobalt-Türkis-Light von Vincent Newton, Green Appetite Genuine von Daniel Smith, Perilene Green von Schminke, Ultramarine Blau von Schminke und Lavender von Miello. Ich arbeite mit einem Rotmader-Pinsel in der Größe 7 von Da Vinci. Das Büttenkarten-Rohlinge-Set mit drei quer- und drei hochformatigen Büttenkarten und passenden Umschlägen dazu, sowie Einlegeblättern verlinken wir euch unter dem Film in der Materialliste. Dieses Set könnt ihr bei uns bestellen. Wir versenden es dann per Post. Hier zeige ich euch einige Motive von Weihnachtskarten aus den vergangenen Jahren. In der Infokartenbox rechts oben verlinken wir euch die entsprechenden Filme zum Nachschauen. Es ist gar nicht so einfach, jedes Jahr zwei schöne neue Motive zu finden. Aber ich glaube, meine diesjährige Idee könnte euch richtig viel Spaß machen. Diese Karten kann man sicherlich sehr gut auch mit Kindern basteln, vielleicht mit den Enkelkindern. Ihr braucht dafür nur Aquarellfarben, Büttenpapier und eine schöne kleine Ausstechform. Bei mir ist es ein Pferdchen und eine Kekssternform. Es könnte aber auch jedes andere Tier oder eine andere Weihnachtskeksform sein. Mein Format ist 10 x 5,5 cm, denn ich habe Büttenkarten mit einem Ausschnitt von 11 x 6,5 cm vorbereitet, so dass ich dann diese kleinen Aquarelle gut hineinkleben kann. Ich zeige am Ende des Films noch, wie ich so eine Karte bastle. Und ich verlinke euch auch rechts oben den Film, in dem wir das Basteln der Karten sehr ausführlich zeigen. Wenn ihr ein Büttenkarten-Rohlinge-Set bestellen möchtet, reicht eine E-Mail an meine Mailadresse hirsekornb.gmail.com. Mein Pferdchen soll dreimal auf diese Karte gezeichnet werden. Auf einem weißen Palettenteller habe ich die Farben Perilene Green, Green Appetite Genuine und Alizerin Karmesin aufgetragen. Alle Farben sind wie alle anderen Materialien wieder für euch unter dem Video in der Materialliste verlinkt. Über den Link könnt ihr die Materialien direkt bestellen. Meist geht es über Amazon und für diese Bestellung erhalte ich dann eine kleine Provision. Für euch werden die Sachen dadurch aber nicht teurer. Den Hintergrund der Karte habe ich mit klarem Wasser angefeuchtet. Jetzt setze ich mit viel Pigment eine Mischung aus Green Appetite Genuine und Perilene Green in den Hintergrund hinein. Um die Pferdchen wird herum gemalt, der Pinsel ist hierbei relativ klein. Das ist ein Rotmatterpinsel in der Stärke 7, damit ich die feinen Formen auch einigermaßen exakt umfahren kann. Der grüne Farbauftrag muss jetzt trocknen. Ihr könnt auch einen heißen Föhn zur Hilfe nehmen, dann geht dies etwas schneller. Jetzt male ich die Pferdchen mit Alizerin-Karmesin und einer kräftigen Farbigkeit aus und lasse dabei jeweils einen kleinen weißen Rand oben und an der Seite des Pferderumpfes stehen. Diese Karte muss jetzt einmal die Pferdchen mit Alizerin-Karmesin und einer kräftigen Farbigkeit aus und an der Seite des Pferderumpfes stehen. Wir müssen die Pferdchen einmal trocknen, bevor wir weiter basteln können. Und so fangen wir schon einmal mit dem zweiten Motiv an. Die Sternform habe ich dreimal in lockerer Anordnung im unteren Bereich des Bildes gezeichnet. Bei dieser Karte werden die Sterne zuerst ausgemalt und der Hintergrund später dazugefügt. Ich beginne mit Lavendelblau im ersten Stern, nachdem ich die Sterne zunächst angefeuchtet habe. Im zweiten Stern verändere ich den Blauton ein wenig und füge zum Lavendelblau noch etwas Ultramarin hinzu. Außerdem nehme ich noch Cobalt-Türkis-Light mit in die Farbigkeit. Für den dritten Stern verwende ich im Grunde genommen die gleichen Mischungen. So sieht jeder Stern ein wenig anders aus, aber die Farbfamilie bleibt eng zusammen. In die noch nasse Fläche streue ich jetzt ein wenig Haushaltssalz. Die Salzkristalle verdrängen beim Antrocknen das Pigment und es entstehen kristalline helle Flecken. Diese Struktur kann man schön für Schneeflocken, Raureif oder Ähnliches verwenden. Auch jetzt wird wieder geföhnt und nach dem Trocknen sehen wir, wie lebendig die Oberfläche der Sterne durch die Salzkristallstruktur aussieht. Nun radiere ich überschüssige Bleistiftränder aus und feuchte dann mit klarem Wasser den Hintergrund an. Mit einer Mischung aus Painscray Bläulich und Ultramarin Blau setze ich in die feuchte Fläche den kräftigen dunklen Farbton. Sehr dunkel wird auch um die Sterne herumgearbeitet und durch diesen starken Hell-Dunkel-Kontrast fangen sie jetzt richtig an zu leuchten. Mischung aus Painscray Bläulich und Ultramarin Blau So, mit den beiden Karten sind wir schon fertig und jetzt können wir anfangen mit den Verzierungen. Ich schneide von beiden Karten erst einmal den Papierrand so ab, dass ich rundherum einen knappen Zentimeter weißes Papier übrig behalte. Die Pferdchen sollen nun eine goldene Schleife um den Hals bekommen. Hier verwende ich goldfarbene Paketschnur und bastle mir drei kleine Schleifen daraus. Ein Tupfer-U-Kleber reicht aus, um die Schleifen zu fixieren. Bei den Sternen möchte ich eine glitzernde Aufhängung anbringen. Hier stanze ich bei zwei Sternen zunächst ein Loch in die Spitze und fädle Schlaufen in verschiedenen Längen hindurch. Auch hier fixiere ich die Schnüre mit einem Tropfen Klebstoff. Beide Karten werden mit einem dicken Buch für einige Zeit beschwert, bis der Klebstoff getrocknet ist. Hier seht ihr nun einen vorbereiteten Büttenkarten-Rohling, aus dem wir eine Passepartout-Öffnung herausgeschnitten haben. In einem der vergangenen Filme, wir verlinken ihn wieder hier rechts oben, wird das Basteln und Herstellen der Rohlinge genau gezeigt. Wir kaufen die Büttenkarten bei der Firma Bösner im 100er Pack und schneiden dann jeweils die Passepartout-Öffnungen hinein. Man kann aber sicherlich auch einfachere Klappkarten aus Papier verwenden, die es manchmal beim Discounter gibt. Man kann aber auch einfachere Klappkarten aus Papier verwenden, die es manchmal beim Discounter gibt. So, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Malen dieser zwei kleinen Motive. Und jetzt gibt es hier am Schluss des Videos noch einmal die versprochene Ankündigung. Für unseren Unterstützerbereich in der Aquarellwerkstatt hier veranstalten wir ja in regelmäßigen Abständen Live-Abende, an denen ich hier auf YouTube ein Motiv in Echtzeit male. Das dauert ungefähr so anderthalb bis zwei Stunden und ihr könnt direkt mitmalen und eure Fragen in einem Chat auch stellen. Normalerweise gibt es diese Live-Malabende für die UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt. Diesmal wird es für alle offen sein als kleines Weihnachtsgeschenk für die Community, die ja in der letzten Zeit auch wieder so stark hier auf YouTube gewachsen ist. Am 13. Dezember um 19 Uhr könnt ihr dabei sein. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich schon drauf.